Das Reichsgericht in Leipzig war in bis zu neun Zivilsenate eingeteilt. Der II. Zivilsenat bestand von 1879 bis 1945. Geschichte Rheinisches Recht der Senat wurde 1879 gemäß 132 GVG 1877 und 1 Geschäftsordnung des Reichsgerichts gebildet. Bekannt wurde er als Rheinischer Senat. Der französische Code Zivil galt in wörtlichen oder fast wörtlichen Übersetzungen in einer großen Anzahl von europäischen Staaten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der französische Rechtskreis ist im 19. Jahrhundert auf deutschem Boden zersplittert. Links des Rheins bleibt der Code auch nach dem Wiener Kongress 1815 in Kraft. Die betroffenen Staaten bilden dafür eigene Obergerichte wegen des Wegbrechens des Kassationshofs in Paris. Das preußische Rheinland mit dem Appellationsgerichtshof in Köln und dem Revisions- und Kassationshof in Berlin oder ein Hessen mit dem Appellationsgerichtshof in Mainz und dem Revisions- und Kassationsgerichtshof in Darmstadt. Die bayerische Pfalz mit dem Appellationsgerichtshof in Zweibrücken und dem Oberappellationsgericht in Zweibrücken bzw. München sowie Baden mit dem Oberhofgericht in Mannheim. Sie stehen in Konkurrenz zu dem französischen Kassationshof in Paris und dem belgischen Kassationshof in Brüssel. Durch die Reichsgründung entsteht eine neue Lage. Zwar wird der Einfluss des rheinischen Rechts 1871 größer durch die Annexion Elsass-Lothrings mit seinem Obergericht in Kulmar. Etwa ein Sechstel des Reichsgebiets gehörte nun zum Anwendungsbereich des rheinischen Zivilrechts. Aber mit der Reichsverfassung hatte das Reich die Kompetenz in der Gerichtsbarkeit. Ein gemeinsames neues Obergericht entsteht, das Reichsgericht in Leipzig mit seinem rheinischen Senat, rheinischer Senat und Co. Zivil. Die Senatsjudikatur habe sich nach je nach Ansicht entweder von der französischen Judikatur entfernt, indem sie ihre Ergebnisse in Übereinstimmung mit dem gemeinen Recht brachte, oder nach neuerer Ansicht grundsätzlich an der französischen Literatur und Praxis angelehnt und in diesem Zusammenhang großen Wert auf den Willen des Gesetzgebers gelegt. Wie bereits die häufige Heranziehung der Materialien zum Code Zivil zeigten Abweichungen. Abweichungen von der französischen Lesart sind beispielsweise hinsichtlich des Markenschutzes zu beobachten. Es lehnte das Reichsgericht Ansprüche aus Art 1382f. C.C. Gegensatz zur von der französischen Rechtsprechung entwickelten Concurrence de Loyal ab, da es das Markenrecht des Reiches als spezieller ansah. Auch lehnte der Senat bei Arbeitsunfällen eine Umkehr der Beweislast ab, anders als 1896 der Kassationshof in der Tef-en-Entscheidung, wobei die Überlagerung durch Spezialgesetzgebung wie das Unfallversicherungsgesetz und das Reichshaftpflichtgesetz eine Rolle gespielt hat. Auch bezog der Senat in der Bronzestatue Entscheidung aus dem Jahre 1894 eine abweichende Stellung. Der Kläger hatte hier eine vermeintlich antike Bronzestatue teuer erworben. Die kurze Gewährleistungsfrist von Art 1648c. C. war bereits abgelaufen. Der II. Zivilsenat gewährte die Nichtigkeitsklage gemäß Art 1110c. C. um den Vertrag aufzuheben. Die Nicht-Echtheit als Substanzirrtum nach der damaligen französischen herrschenden Meinung qualifiziert. Es mag übrigens bemerkt werden, dass gemäß der vom Reichsgericht gebilligten Ansicht von Savigny auch nach gemeinem Rechte erhebliche Momente für die Annahme eines wesentlichen Irrtums im vorliegenden Falle anzuerkennen sein würden. Nach Inkrafttreten des BGB änderte der Senat seine Rechtsprechung. Entscheidungen Entscheidungen des Senats zum französisch-rheinischen Zivilrecht sind im Rheinischen Archiv und in der vom Reichsgerichtsrat Puchelt. Herausgegebenen Zeitschrift für französisches Zivilrecht zu finden. Rheinischer Senat und BGB Die Feiern zum Jubiläum des God Civil im Jahr 1904 waren dem Senats wie Delegationsmitglied in Paris Eduard Müller Anlass, den Einfluss des God auf das deutsche Zivilrecht zu beschreiben. Ihm zufolge sei der Code in den Vorarbeiten zum BGB umfassend berücksichtigt worden. Sein Einfluss auf einzelne Bestimmungen und, was noch bedeutender ist, auf die Technik des BGB, sei unverkennbar. Nachwirkungen des God Civil zeigte sich in der Frage der Konkurrenz der Anfechtung nach 119.2 BGB mit dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht. 1902 vertrat der Senat noch die Ansicht, dass beides unabhängig voneinander anwendbar sei. 1905 schwenkte der Senat auf die Linie des V. Zivilsenats ein, der die am ALR entwickelte, der heute H. M. vertrat. Nach dem 1. Januar 1900, dem Stichtag für das BGB, hatte der Senat auch noch weiterhin Altfälle aufzuarbeiten. Aus dieser Zeit stammt auch die Kies-Entscheidung. In der zum ersten Mal die Lehre der positiven Vertragsverletzungen anerkannt und für ein von 326 Attoferrat BGB losgelöstes Rücktrittsrecht geschaffen, wurde weiter bekannte Entscheidungen, Petroleum, Baumwollsaatenmehl, Eichenlaub, Harcheringskötfall, Silberfall, Rustelfall, misslungenes Scheingeschäft, Geschäftsverteilung 1900, dem 2. Zivilsenats sind zugewiesen. Erste sofern es sich um Anwendung der vom Jahre 1900 abgeltenden neuen Gesetze handelt, aus dem ganze Reiche, andernfalls nur aus den Unterziff, drei bezeichneten Bezirken, die Rechtsstreitigkeiten über a. Besitz und Eigentum an beweglichen Sachen nebst Ansprüchen aus Funden sowie auch auf Vorlegung von Sachen b. Ansprüche aus Kauf und Tausch von beweglichen Sachen und Forderungen mit Ausnahme von Wertpapieren c. Niesbrauch und Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten einschließlich von kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht und von Rechtsgeschäften. Hierüber 2. Alle Rechtsstreitigkeiten über wahren Zeichen und unlauteren Wettbewerb. 3. Aus den Oberlandesgerichtsbezirken Kolmar, Köln, Karlsruhe und Zweibrücken sowie auch aus dem Landgerichtsbezirke Mainz. Außerdem alle nicht einem anderen Senate besonders zugewiesenen Sachen. 4. Die Vorentscheidungen Zivilsachen nach Elfe des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz in Fällen aus dem Oberlandesgerichtsbezirke Kolmar, Anführungszeichen, Besetzung, Farblegende, Ruhestand vor dem 1. Juli 1919 in Ruhestand vor dem 1. Oktober 1934 in Ruhestand nach dem 1. Oktober 1934 in Ruhestand.